Was ist das da? Was? Guck mal, Uwe! Das sind riesige Baggersteine. Das ist doch nicht normal, oder? Okay, wir reparieren hier, Uwe. Boah! Das ist ein Riesenstein. Herrlich! Boah! Ist das ein Gewölfmann, oder? Halt, Kinder, das sind zu viele. Irgendwas stehen die hier so. Ist das nicht von den Doriden, oder so? Weißt du, so eine Art Sitzung abgehalten haben? Autoriale, oder so, wie man das nennt. Weißt du, so Anbeterungen, oder was? Guck dir das mal an. Wie das aussieht. Du kannst sagen, du hast so viele Steine gleichmäßig aufgestellt. Wie du schon gesagt hast. Wieder so Doriden, oder so weiter. Die so eine Sitzung abgehalten haben. So eine... So eine Müsli, oder so. Ich kann das nicht ausdrücken. Ach, Günther, guck mal. Da haben die bestimmt was um den Baum gemacht. Wie herrlich der Baum ist. Und da sind hier so eine... Wie brennt das ringsrum? Siehst du das nicht? Boah! Ich muss mal angucken. Guck dir das mal an. Aber Scheiße liegt hier allerhand. Günther, ganz ehrlich. Das ist wie so eine magische Stelle. Weißt du, die Jungs haben das nicht gesehen. Ich will dir mal das erzählen, bitte. Komm mit, Günther. Ach, nee. Jungs, Wagen repariert. Alles fertig? Alles fertig. Guck mal, Jungs. Die ganzen Steine da. Ist das nicht fantastisch? Ist das eine magische Energie, die das durch mich schrumpft? Durch diesen Fels, den Stein. Richtig magisch. Energie. Irgendwie hat das Energie. Ist das nicht fantastisch? Ja. Etwas magisches hat es an sich, ja. Eindeutig. Not gri ball. NachdemSC und Wagen schtragen. Nicht affichern.